Herzlich Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Assassin's Creed Syndicats. Ja, schön, dass ihr eingestellt habt. Ähm, Kapitel 7, oder Sequenz 7, haben wir gerade abgeschlossen. Haben 4000 Punkte plus 250 extra, weil wir keinen Polizisten und nicht, äh, entdeckt worden sind. Schön. Ich bin gespannt, was passiert. 1000 EP-Punkte ist ja, äh, ein Fähigkeitspunkt. Ich bin gespannt. Alles okay? Außer dem Todeskommando hinter uns, meinst du das? Verstärkung ist unterwegs. Warum tust du dir das überhaupt an? Ist nicht dein Job Templer zu bekämpfen. Ich hatte diesen Kollegen. Er war der Sohn unseres Chefs. Zuerst mochte ich ihn nicht besonders. Alle behandelten ihn, als wäre er etwas ganz Besonderes. Ich dachte, er engagiert sich für nichts, was ihm keinen persönlichen Vorteil verschafft. Aber ich habe mich getäuscht. Wir wurden gute Freunde. Er ging durch die Hölle. Und dann hat er uns gerettet. Also denke ich, ich kann mich nicht bei ihm entschuldigen, aber ich kann, ich weiß nicht, ich kann versuchen, seinem Beispiel zu folgen. Du bist ein guter Assassin. Gütiger Gott! Wow. Lange nicht gesehen. Galina. Endlich. Wir haben uns nicht gesehen, seit wir das Labor in Paris gesprengt haben. Ja. Es gab viele Explosionen. Und du schriest wie ein Baby. Bischof sagte, Ozo Berg sei hier. Ich töte ihn für euch. Super. Gut, wenn du Wache schieben würdest, lege ich mich hin und sterbe. Schlaf. Es wartet ein großer Kampf. Sean und Rebecca sind erstmal sicher, aber du musst immer noch das Tuch für uns finden. Ich gehe hin. Ein Brief. Für mich. Achso, Sequenz 8 und dann haben wir noch Sturrock. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann fertig. Die Suche nach Crawford Sturrock in dem Edensplitter setzt sich auf den gewohnt verschlungenen Pfaden fort. Trotzdem ist Jacob überrascht, als seine Taten die Aufmerksamkeit von Londons größtem kriminellen Meisterhirn erregen. Maxwell Roth. Eine Dinnereinladung. Und mit wem wirst du heute Abend dinieren? Maxwell Roth. Der Anführer der Bleiters? Du gehst nicht hin. Natürlich nicht. Und wir gehen hin. Seltsame Bettgenossen. Wo bin ich denn? Hallo? Wo bin ich? Hallo? Ne? Wo bin ich? Wie schön sie zu sehen. Wie schön sie zu sehen. Ach Gott. Da war doch ein Dings, ne? Schnellreisepunkt irgendwo hier war. Besser ist. Besser ist. Vielleicht können wir schon von den Fähigkeiten ein bisschen wieder was aufbessern. Oh, sieben siehst du? Wenn sie im Kampf Multikits aussehen, regenerieren sie ihre Gesundheit abhängig von der Anzahl der getöteten Gegner. Was haben wir hier? Jacobs Konterschüsse werden automatisch Kopfschüsse. Ah, ach so. Jacob hat weniger Schaden. Kutschen, die sie fahren, beschleunigen wesentlich eine... Oh, oh. Das ist auch gut. Wollen wir die hier nehmen? Der Wolverhilt. Bing. Ach warte, sie hat doch auch was, ne? Ach so. Ah. Warum? Warum? Ich habe alles für den Teppich-Tüller. 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 Ich möchte zu Mr. Roth. Waffen? Nein, danke. Ich habe meine eigenen. Sie gehören auf die Bühne, Sir. Hier entlang. Ich habe meine eigenen Teppich-Tüller. Platz. Ich habe schon länger ein Auge auf dich. Ich finde deinen heldenhaften Kampf gegen den großen Crawford Staric ziemlich beeindruckend. Ich schalte nach und nach deine Männer aus und du bist es auch nicht verärgert? Ganz im Gegenteil. Überraschungen sind das Salz des Lebens. Bei Mr. Staric ist es etwas anderes. Ich ersticke in Anweisungen. Alle furchtbar langweilig. Warum arbeiten wir nicht zusammen und erledigen ihn? Ich weiß nicht so recht. Mein Freund, wenn ich dir keine Möglichkeit verschaffen kann, Mr. Staric wehzutun, tja, dann kannst du in dieses Theater hier stürmen und mich stattdessen töten. Was hättest du von dieser Sache? Eine Gelegenheit für ein Späßchen mit dem tapfersten Mann in London. Wir sind im Geschäft. Louis, meine Kutsche. Sollen wir? Irgendwas stinkt doch hier gewaltig, oder? Ich dachte, du und Staric, ihr kämpft für dieselbe Sache. Was ist geschehen? Ach, weißt du, der brauchte meine Dienste, um seine Gang-Anführer auszubilden. Aber der Mann ist unerträglich. Was du nicht sagst. Freiheit, Jacob. Sie zu stehlen ist weit mehr als eine Sünde. Das beraubt uns unserer Menschlichkeit. Recht hast du. Und St. Pankras kann unser Leid beenden? In dem Bahnhof befindet sich eine große Ladung Sprengstoff auf dem Weg zu Staric und Co. Und du hast vor sie zu stehlen. Was? Nein. Ich würde gern Starics Waren beseitigen und großes Chaos dabei anrichten. Warum nicht, Jacob? Warum nicht? Der einfahrende Zug kommt gerade in unsere Richtung. Damit kannst du unbemerkt in den Bahnhof hinein. Falls er nicht zufällig vorher entgleist. Ich würde dir Glück wünschen, aber das brauchst du nicht. Ich sorge derweil dafür, dass Starics Verstärkung dem Bahnhof nicht zu nahe kommt. Was ist das denn? Lego? Äh, Playmobil oder was? Ich würde mich nicht zufällig vorherigen. Wo sind sie? Gut, beladet das, Schätzchen, Leute. Passt bloß auf damit. Wir können heute keine Knochenbrüche gebrochen haben. Und verschüttet nichts. Dreht lieber um, und macht euch das schöne Tag. Endlich können wir die scheiß Freizewillinge abmurksen. Leg den Zahn zu, wir haben hier Zeit, den Weg gestartet zu machen. Geht weiter, sonst mache ich euch Beine. Geht weiter, sonst mache ich dich. Woher? Nein! 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 Ich darf mich hier nicht verrückt machen. Ich esse deine Haut. Irgendwann werdet ihr Bleiders verstehen, dass ich nur euer Bestes will. Irgendwas ist hier faul. Ganz gewaltig. Da kam noch einer. Gott sei dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Es war erledigt. Deine Schande jetzt aufzuhören. Gott sei Dank. 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 Schön. Gott sei Dank. 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 Gott sei Dank Dank. Ich helfe Ihnen. Das tun sie mir nichts. Sehen Sie mich als normalen Passagier an. Einen der rein zufällig mit einer großen Klinge auf Sie zieht. Da hinten? Don't kill me, don't kill me! Komm, wir gehen weiter, mein Freund. Chill doch. Seien Sie ruhig, bitte. Nicht so laut, Sir. Kein Grund, sich aufzuregen. Was wollen Sie von mir? Ich brauche nur jemanden, der den Kessel schürt. Schon gut. Ich helfe Ihnen. Tun Sie mir nichts. Sehen Sie mich als normalen Passagier an. Einen, der rein zufällig mit einer großen Klinge auf Sie zielt. Fuck. Wären Sie wohl so freundlich, mir etwas Dampf zu machen. Wir haben einen eigenen Zug, können den aber nicht fahren. Richtig. Staric wird schon bald in die Knie gehen. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Entschuldige, ich muss los. Besuche mich gerne mal wieder. Hm. Seltsame Bettgenossen. 500 plus 250. Hm. Komik. So. Einfähigkeitspunkte erhalten. Süß. Süß. Was haben wir hier? Dreifache Entführung. Empfohlen ist Level 7. Wir sind 8. Okay. Wir werden das Ganze machen. Aber erst morgen. Ähm. Ihr könnt mir gerne was da lassen. Passt auf euch auf. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns morgen. So viel wird nicht mehr kommen. Haben wir ja gesehen. Wie viele waren da? Sechs. Sechs so kleine Missionen. Und dann. Okay. Freunde. Lasst mir gerne was da. Passt auf euch auf. Wenn ihr Bock habt. Wie gesagt. Sehen wir uns morgen. 15 Uhr. Ciao. 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 Grazie. same. Die. Älä. Okay. letzten. случ?